hallo liebe aufrufer eine neue lichtgeschwindigkeit ich freue mich total es fällt mir immer mehr ein als überhaupt reinpasst das ist eigentlich sehr sehr schön also wie gesagt ich dekliniere wenn ich eine neue krawatte habe natürlich die diversen jakets aus ob es gut aussieht und so weiter und für alle die jetzt hier nur das bild haben aber was außerhalb des bildes ist sich nicht vorstellen können ich habe inzwischen eine kameraposition in der ich den anzug den ich trage gar nicht tragen muss sondern nur das jakett das erleichtert mir speich zeit dabei das natürlich immer gut dann gibt es hier etwas neues plantagenkaffee demeter im sonderangebot ich hab's noch nicht probiert vielleicht taugt das ja was das steht da drauf sortenreine arabica das hatte man früher gesagt das sei arabica sei das kriterium aber inzwischen weiß ich das sagt auch nicht viel für den laien gut also die tageslage ist folgendes wir haben im zuge der it revolution eine steigerung der bequemlichkeit der erleichterung für das leben und der erleichterung der selbst erleichterung man muss also eigentlich nicht mal mehr die knöpfe drücken sondern nur so hingucken und dann passiert schon was mit anderen worten der doofheit sind überhaupt gar keine grenzen gesetzt jetzt habe ich eine tolle idee wie immer ja wie schon mit dem kuckuck's use was ja eine sensationelle karriere macht gegen nsa datenspionage und so weiter das ist jetzt folgendes wir werden also in zukunft auch schuhartige handschuhe tragen und trainieren dann schon im vorschulkindergartenalter wir haben ja jetzt diese kinderkrippen da legen wir die babys auf den bauch und dann müssen die schon immer so die nackenmuskeln strapazieren denn wir werden in zukunft auf allen vieren gehen das erleichtert unwahrscheinlich vieles und auch im alter ist man da nicht diskriminiert ja man braucht keinen rollator sondern man kriegt dann rollschuhe und wird durch die gegend geschoben also es ist ein unglaublich beschleunigter it gestützter reform schwall geradezu und wir picken uns nur so die rosinen raus das ist das prinzip der heutigen kultur alle die es begriffen haben sind schlau alle die es nicht begriffen haben werden es natürlich begreifen so jetzt komme ich zur tagessituation es gibt wieder nur gequatsche tatsächlich deshalb muss ich da meine häkchen dran machen also dann zum beispiel das thema gekaufte politik tom strohschneider schreibt über die spende von bmw groß aktionären sagen wir es doch ist es die schon in der nazizeit erfolgreiche familie quanz die unter anderem bmw warta kellogg's und so weiter denen also ein großer teil der in deutschland gestützten aktiengesellschaften anteilmäßig unterstehen und so weiter da heißt es hier auch großspende von bmw erben an cdu empört opposition für die opposition ist gregor gysi denn die anderen kriegen natürlich auch alle was zugeschoben irgendwie direkt oder indirekt es besteht ein unmittelbarer zeitlicher zusammenhang zwischen dieser geldgabe und der entscheidung für die co2 bemessung für die zulässigen automobile bmw und mercedes interessen wir werden das noch weiter hören ich kann schon immer gar nicht hören wenn das dann morgen weitergeht und so weiter der gleiche quatsch ist hier mit dem bischof ja der bischof hat einen kleinen schreibtisch er soll an einem kleinen tischchen sitzen in zukunft wo man nur die bibel drauf kriegt und eine scheibe brot oder was haben sie hier geschrieben brotbüchse brotbüchse also dass da brot drin ist haben sie gar nicht gesagt ja denn es wird gemutmaßt er hat einen riesigen schreibtisch und gemutmaßt dass je größer jemand schreibtisch hat desto größenwahnsinniger ist er der bischof von limburg wird hier verdächtigt eine billiardplatte eine turnmatte oder ein handball fällt schreibtisch zu haben gut also das sind hier die tollen nachrichten beim neuen deutschland heute mittwoch 16 oktober ich gehe da jetzt im moment gar nicht tiefer rein denn hier bei der süddeutschen zeitung ist es nicht besser karriere nach dem knick johannes b kerners neustart johannes kerner ja kerner hat höhörner der fängt am donnerstag an also morgen mit dem großen erfinder der glaspimmel aus deutschland aus springer am deister heinrich göbel tolle erfindung kerner hat es promotet im jahre 2005 in seiner unsäglichen sendung die größten erfinder der welt ja dann hat er auch noch abstimmen lassen hat die scheiße verbreitet da stützen sich jetzt alle folklore deutschen auf ihren deutschismus und meinen also die deutschen hätten irgendeinen anteil an der erfindung der glühbirne das stimmt natürlich überhaupt nicht auch nicht an den prinzipien nicht an den physikalischen errungenschaften aber zum beispiel werner von siemens ist einer der mit der erfindung des dinamos eine voraussetzung für die glühbirnensysteme überhaupt geschaffen hat nämlich den strom aus der maschine statt aus der batterie so also jetzt geht es aber weiter nämlich hier im sinne strom wird noch teurer auch das kann man schon nicht mehr hören dann wird immer gesagt im nächsten jahr die stromumlage und da geht es angeblich die kosten der energiewende das stimmt gar nicht die garantiepreise für die monopol energie gesellschaften die garantiepreise die die regierung garantiert die machen die sache so teuer hingegen ich höre die ganze zeit nichts von uli hoeneß steuerschweinereien ich höre nichts von molars gerechtigkeit und ich höre auch nichts von der frage was ist wirklich eine energiewende zunächst mal atomausstieg ja liebe freunde wir wollen das nicht vergessen die sache heißt atomausstieg und nicht energiewende atomausstieg so und dann brauchen wir aber unter dem stichwort energiewende eine wirkliche energiewende und diese dezentrale erzeugung des stroms also dort wo er gebraucht wird wird er auch erzeugt in quasi lokalen blockkraftwerken und nicht backbones von der nordsee hochsee bis nach bayern alles schwachsinn das ist keine energiewende das ist weiter nichts als über die neuen netze die monopolisten noch mehr in den monopol syndikat zustand zu versetzen technologisch das ist kategorisch abzulehnen was sie heute reden ist alles keine energiewende und auch für die grünen heute gesagt haben sie könnten ja nicht mit der cdu koalieren weil die energiewende halbherzig ist nein es ist gar keine und auch die grünen bringen nicht die argumente warum nicht ich verstehe es nicht was sind das für grüne es sind gekaufte es sind gekaufte ja anders kann es nicht sein nsa spät auch kontakt linsen aus kontaktlisten auch das kann man gar nicht hören die frage warum die deutschen sich nicht wehren dagegen und der frau merkel auf den tisch klopfen sagen merkel du bist gewählt du musst uns beschützen nein wir unterwerfen uns diesen machenschaften und zwar unterwerfen im sinne von wir wissen gar nicht was geschieht ja ich kann ja sagen zu allen sicherheitsmaßnahmen wenn ich weiß welche es sind so ist es aber nicht wir werden verarscht dann ist auch hier ein schönes thema vorne ohne behörden türen doktortitel aus geburts- und sterberegistern das prinzip das dahinter steckt die doktortitel weg zu hauen ist nun die dümmliche reaktion auf den ganzen doktortitel beschiss was aber fehlt ist wirklich eine seriosität in der selbstprüfung ja wenn wirklich eine ein doktor wird weil er wirklich etwas kann weil er wissenschaftler ist dann darf nur der der das nachgewiesen hat auch als doktor arbeiten als doktor unterschreiben und den doktortitel führen und als solche auch anerkannt werden alle schein kabarettisten aus dem karneval stehen natürlich nur im sterberegister das wird aber nicht kapiert also statt seriöse wissenschaftler auszubilden und zu zertifizieren werden pauschal alle niedergemacht was haben wir die abschaffung des elite prinzips das schadet der gesellschaft das staat schadet den menschen und die geschichten kann man alle beim machiavelli nachlesen wenn man alles gleich macht weil alle gleich doof sind benehmen sie sich auch so warum soll sich einer anstrengen wenn er doch als arsch behandelt wird so großspende an cdu belastet gespräche mit grünen also weg damit hier hans riegel ist gestorben der sohn von johannes riegel dem gründer von haribo macht kinder froh und erwachsene ebenso ich bin gut in der zeit und möchte jetzt zum dritten noch sagen frankfurter allgemeine zeitung wenn ich jetzt die neue sinnlichkeit auf allen vieren machen müsste wäre die kamera tiefer aber ich würde das mit dieser haltung nicht hinkriegen es ist einfach furchtbar und dann drückt hier auch die krawatte ist diese krawatten sind ja sowieso aber diese neue krawatte ist schön weich union will sich noch nicht auf koalitionspartner festlegen auch das ist eine lachüberschrift denn die idioten hätte ich fast gesagt entschuldigung das meine ich nicht die union entscheidet das gar nicht die kann sich festlegen auf was sie will sie hat gar keine entscheidungsmacht sie hat nicht die mehrheit und sie kann gar nicht mit den grünen eine koalition machen weil der bundesrat dann immer alles verhindern könnte mit der opposition sie müssen also neu wahlen anstreben und was wir hier hören die türkische diplomatie ja natürlich ist noch nicht das letzte wort sagt es mir natürlich nie will einer das letzte wort gesagt haben so und mein thema hier ist aber heute nun die morgen eintretende staatspleite der usa da wird gesagt das sei sozusagen geiselhaft die der herr böner von den republikanern sei durch die t party der republikaner in geiselhaft genommen man will die regierungspolitik von obama knicken in wirklichkeit ist es aber eine unglaubliche dummheit und unverantwortlich gegenüber der ganzen welt der man seine staatsanleihen verscheuert hat damit die usa von schulden leben können so und das ist ein riesen betrug an china und da würde ich sagen vorsicht freunde wir haben noch keine weltwirtschaftskrise noch keine weltfinanzkrise sondern wenn das morgen geschieht dann haben wir ganz schnell den rückschlag ja dann wollen wir mal sehen was wirklich die ganzen inflationären dollars machen auf der welt und dann wird die schwellenländerbank gegründet dann kriegen wir ein neues leitwährungssystem und so weiter ich glaube die amerikaner verrechnen sich jetzt hat herr böner heute gesagt ja darauf will er es ja nicht ankommen lassen sie werden also die schuldengrenze hochziehen und dann geht da die scheiße die schuldenmacherei der amerikaner auf kosten der ganzen welt weiter aber die börse hat bereits reagiert das heißt wir sind jetzt schon in der verschlechterung der zinsbedingungen für die usa und das kriegen sie so schnell in die flasche oder geist drin ist die sie geöffnet haben nicht heraus der geist in der flasche wissen wir von den gebrüdern grimm so das war jetzt was ich hier heute sagen wollte vorsichtiger optimismus bei atomgesprächen diese unsäglichkeit die sie mit dem iran mit gewalt durchsetzen finde ich unakzeptabel ja der iran ist ein volk unter allen völkern anzuerkennen und nicht einfach zu unterwerfen wie kann es sein dass israel sich anmaßt zu sagen wer unterworfen wird und wer nicht also für mich nicht dankeschön lichtgeschwindigkeit das ist nicht blendung sondern erleuchtung lustig und 45 danke für den aufruf